Wenn du unter Sternen schläfst, wachst du mit mehr Antworten auf, als du Fragen hast. Wenn du mich jetzt fragst, von wem dieser Spruch stammt, kann ich da darauf keine Antwort geben. Auch nicht, wenn ich mir unter die Sterne lege. Aber ich kann da sagen, dass es für mich eine Wahrheit ist, die ich einfach an den Beginn stellen möchte, wenn ich dich einlade, die kommende Zeit, nämlich vom 8. Oktober bis zum 20. Oktober, einmal mehr von der Qualität von Lammert, dem gelben Stern, zu profitieren. Der Stern, der für Schönheit, Ästhetik und Perfektion steht. Und Perfektion ist bei uns ein Begriff, wo wir ganz viel dran koppeln, was alles sein muss. Und wo wir auch vielfach dann sehen, was alles nicht ist und uns dadurch die Perfektion aberkennen. absprechen. Und ein Buch, was mich ganz, ganz stark beeindruckt hat, auch gewandelt hat, inspiriert hat, war das Buch The Gift of Imperfection. Auf Deutsch heißt es Die Gabe der Unvollkommenheit von der Brené Brown. Ich werde es auch in der Videobeschreibung auf YouTube unten dranhängen, damit du dir eben auch, wenn dich das interessiert, das für dich einmal einwirken lässt, sinken lässt. Denn wenn in dir dieser Zweifel ist, du dich nicht als ganz fertig siehst, irgendwo noch das Gefühl hast, etwas muss noch erreicht werden, irgendetwas muss noch erlernt werden, bevor du dann in deiner wirklichen Größe sein kannst, übersiehst du, dass es ganz, ganz viel schon gibt, was da ist. Und, und das ist das ganz Zentrale, und deswegen liebe ich Sterne, nämlich habe sie auch deswegen in meinem bisherigen Logos immer drinnen gehabt, in Wahrheit, Sterne haben Ecken und Kanten. Und genau deswegen können sie strahlen, deswegen strahlen sie einmal mehr in alle Richtungen aus. Und das gilt genauso für den Menschen. Die Ecken und Kanten sind Ausdruck deiner Einzigartigkeit, sind ein Hinweis für etwas, was genau du der Welt geben kannst. Möglicherweise kennst du mehr den Umstand, dass du das Gefühl hast, du eckst an und fällst ungut auf. Und das ist ein Ergebnis dessen, dass wir einfach in unserem Heranwachsen. Alle, die jetzt dieses Audio hören, das kann ich unterschreiben, da bin ich immer ganz, ganz, ganz sicher, erfahren haben, dass sie an irgendeiner Stelle, an irgendeinem Moment in ihrem Leben zu viel waren. Und das Gefühl hatten, sie sind nicht richtig. Denn gerade als Kinder, wenn wir heranwachsen, differenzieren wir nicht zwischen einem Ich und einem Du. Da ist es einfach so, dass wir einfach wahrnehmen, die Eltern, die auf uns reagieren, und wo wir nicht erkennen, es könnte ja für uns anders sein, da gibt es keine Unterscheidung zwischen dem Gegenüber und dir, sondern, okay, wenn der das so sagt, dann ist das so. Weil in dieser Einheit, dieser Verbundenheit dessen, dass du spürst, du bist nicht richtig, du bist vielleicht nicht willkommen, was auch immer, nimmst du das als eine Wahrheit an. Und genauso, du bist zu laut, im Sinne eines zu laut, weil laut ist ja eben vielleicht auch eine Qualität, kannst du vielleicht in späterer Folge damit nicht umgehen, diese vorher verurteilte Lautstärke dann in der späteren Folge auch mal zu zeigen. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo laut mit vielen anderen Begrifflichkeiten, Eigenschaften ersetzt werden könnte, was immer das bei dir ist. Wenn jeder sich einmal mehr in seiner eigenen Einzigartigkeit, in seinem So-Sein anerkennt, dann steigt man dadurch einfach auch aus, aus einem Vergleichen und Bewerten. Dann erkennt man einfach, okay, man hat eine Besonderheit, die für andere wertvoll ist. Und nachdem wir einfach auch auf der Welt verstreut sind, ist es auch gut, dass du mit dieser Qualität gerade wo bist, wo nicht gerade der Nächste genau die gleiche Qualität hat. Und in der Form sind wir einander Lichtbringer, so wie eben der gelbe Stern strahlt, können wir auch andere erinnern, dass auch sie etwas in sich tragen, was ihnen ja vielleicht auch Überwindung kostet, dass sie es zeigen, aber worauf die Welt in Wahrheit auch wartet. Das klingt jetzt sehr hochtrabend und im Wahrheit ist es so, weil jeder Einzelne macht den Unterschied. Wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich oft mit dieser Intention einkaufen, dass ich eben eine gute Energie hinterlasse und den Menschen, die ich begegne, und die kennen die nicht, ja, also natürlich treffe ich ab und an welche, die ich kenne, dass ich da einfach auch gute Wünsche für den Tag bringe, dass ich ein Lächeln auf die Lippen zaubere bei den Menschen. Und da sage ich immer, ich bin Zaubermeisterin. Und das gelingt auch. Und warum? Weil ich in einer herzlichen Begegnung bin, mir einfach freue, dass ich auf Menschen treffe, die auch wundervolle Dominosteine sind und sein können. Weil ich sehe das wirklich so. Jeder, der auch bei mir in einem Einzelsetting ist und das Haus verlässt und dann eine andere Energie in sich trägt, ist einfach jemand, der dann wiederum die Welt wirklich auch beeinflusst. Weil du kannst nicht nicht wirken. Und da ist es egal, ob du jetzt in Bezug auf eine gesunde Mann-Frau-Beziehung bei mir eingetrudelt bist oder ein anderes Thema, wo es einfach auch um diese Dynamik geht dessen, wie kannst du du sein in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld, in dem du dich bewegst. Weil das ist der Schlüssel. Wenn du glaubst, du musst irgendwie dich abrunden und abstumpfen und dich anpassen und halt einfach annehmen, hinnehmen, und was halt so ist, dann ist das kein Gefühl des Strahlens. Ganz im Gegenteil, ich muss jetzt zumindest atmen, nimmt das wirklich Luft weg. Und ich kenne das, wie das ist, wenn man sich dann anpasst und irgendwie schaut, dass das doch irgendwie fürs Umfeld auch angenehm ist und nicht irgendwie beschwerlich, dass man sich irgendwie auf etwas aufmerksam macht, wo sie sich dann vielleicht selbst hinterfragen müssten. Also ich kenne das Gefühl gut aus meiner Vergangenheit und ich weiß, dass so viele Menschen das in sich tragen und dass es etwas ist, was es gilt zu wandeln. Und wenn wir diese Qualität der Schönheit, Ästhetik, Perfektion, wo ich vorher gesagt habe, das ist etwas, was Lammert mitbringt, der gelbe Stern, das ist wirklich so, diese Qualität der Harmonie, der Schönheit, können wir eben vor allem bei uns beginnen, Dinge auch schön zu finden, natürlich. Aber das ist genau das, was uns schwerfällt. Wir schauen in den Spiegel und sehen sofort irgendwie eine Unreinheit, eine Falte, ein graues Haar, einen Pickel, whatever. Und sind irgendwie sofort in dieser Bewertung drinnen. Und vielleicht magst du genau diese Zeit von Lammert vom 8. bis 20. Oktober dafür nutzen, ganz, ganz, ganz bewusst dich einmal vor den Spiegel zu stellen und schauen, wen du da siehst und was für ein wundervoller Mensch da gerade vor dir steht. Und vielleicht ist gerade auch der Neumontag, am 14. Oktober, ein Tag, wo du dir eben ganz bewusst den Raum gibst, weil, weißt du, ich höre das ganz oft in diesen Beziehungsdynamics-Geschichten, wo dann irgendwie, ja, und er ist so und das macht er nicht und das erwartet er von mir und whatever. Diese Orientierung am Außen, am Anderen, wo ganz viel irgendwie, ja, auch abgegeben wird an Möglichkeit, sage ich immer, auch an Verantwortung und an dessen, und von dem, dass du einfach da dich auch in Beziehung glücklich fühlen kannst. Weil, wenn du sehr an dem orientiert bist, da die Mängel beim Anderen zu sehen, kannst du davon ausgehen, dass du in Wahrheit viele Mängel in dir siehst. Weil, sagen wir mal, was Kathi über Thomas sagt, sagt mehr über Kathi als über Thomas. Also, wenn Kathi ständig über Mängel des Thomas irgendwie sich aufregt, dann wird das eigentlich auch tendenziell interessant werden für die Kathi, wenn sie mal so hergeht und sagt, was redest du eigentlich über den Thomas? Genau, und so ist es mit allen anderen Dingen eben auch, dass wir in der Partnerschaft eine Möglichkeit haben, einfach uns selber einmal besser zu kennen und zu sehen. Und weißt du, was das große Problem dann ist, wenn du da in dieser Dynamik drinnen bist? Dass wenn der Thomas zur Kathi was lieber sagt, dann wird die Kathi das nicht hören. Die wird das nicht hören. Sie wird zwar sehnsüchtig irgendwie darauf hoffen und warten, dass er irgendwie was Nettes sagt, Dinge tut, aber das, was er tut, ist nicht das, was bei ihr landet. Weil schon so eine starke Fokussierung auf all die Mängel ist. Und diese gelbe Sternwelle ist auch ein orientieren und hinleitendes Fokus auf die Fülle, auf das Schöne, auf das, was dich umgibt und wo das Schöne enthalten ist. Und ja, wenn es bei dir selber eben nicht gelingt, wie schon gesagt, man stellt sich vor den Spiegel und hat das Gefühl so, oh mein Gott, dann kannst du damit beginnen, dass du einfach in deiner Umgebung anfängst, das Schöne wieder zu sehen. Und es ist eben unter anderem natürlich auch so, dass du beim Partner mal schauen kannst, so wie ein weißes Blatt Papier in die Begegnung gehen. Kannst du auch, nimm dir den Neumondtag her und in der Früh nimm dir vor zu sagen, was wäre, wenn ich diesen Menschen heute ganz neu kennenlerne. Und dann lass dich überraschen. Lass dich überraschen von dem, dass du da Neues über diesen Menschen erfährst. Und du kannst es auch steigern. Und dazu lade ich dich wirklich ein. Und das ist jetzt kein Schmäh oder irgendeine Ironie, sondern das gelingt eh nur dann, wenn du dem auch diesen Raum geben kannst, nämlich in dieser Annahme und dieser Haltung, dass das ein wundervoller Mensch ist, ganz prinzipiell. Weil warum hättest du ihn dir jemals ausgesucht, wenn das überhaupt nicht so wäre? Und herzugehen und zu sagen, was darf ich heute über diesen wunderbaren Menschen lernen? Was kann ich sehen? Und dafür öffnest du nicht nur gegenüber dem anderen dein Herz wieder, sondern auch gegenüber dir. Weil wie viel ist man oft verschlossen, vor lauter Angegriffenwornsein, vor lauter Sorge, dass man eben auch wieder verletzt wird und irgendwelche Schmerzen hat. Und das Ding ist, das ist ja nicht etwas, was bewusst passiert, sondern das ist oft eben eine Dynamik, die wir halt irgendwie einmal gelernt haben und wo wir gar nicht mehr merken, wie schnell wir da irgendwie auch unser Herz wieder zusperren und verriegeln und dadurch eigentlich mehr uns selber schaden, als es wirklich jemanden anderen. Und doch ist es natürlich in Beziehungsdynamiken so, dass das eben kein Mehrwert ist. Deswegen, wie schon vorher, wo ich gesagt habe, ich gehe dann gerne beim Einkaufen, auch bewusst in dieser Haltung, dass ich bringe gute Energie, mein Autokennzeichen hat Joy, weil ich Freude bringe. Und das in einem gelben Auto, so ist es, der Status, jetzt gerade im Oktober 2023, gelbes Auto mit Joy, der sicher einmal mehr gerade in der Lammertwelle die Menschen da mit Freude anstecken wird. Und ich hoffe, dass du das auch für dich machst, denn das ist dann auch das, was du dir wiederum ermöglichst, wo du dann eben auch wieder sehen kannst, dass Menschen dir auch freudvoll begegnen. Ich meine, der Spruch ist uralt, so von wegen, wie du in den Wald hineinrufst, so kommst du zurück, ja, hm, gehen. Nur, spür mal hin, das kennst du, wenn du gut drauf bist und irgendwas einfach gerade erfolgt ist, wo du eine Freude dran hast, dann bist du insgesamt auch, ja, freudvoller mit deiner Umgebung, bist auch irgendwie ein Stück weit, ja, milder, wenn irgendwie etwas ist, wo du sonst schon weißt, da wärst du schon streng, dass du da ganz eine andere Freuquenz in dir tragst. Ja, das ist ja auch das, warum ich das Schreibtischon zur Freuquenzerhöhung gemacht habe. Den Link gibt es natürlich auch unten. Weil es eben immer an uns liegt, in diese gute Energie zu kommen. Und diese Möglichkeit hoffe ich, dass du dir wirklich einmal mehr einräumst. Und ich glaube, dass es eine schöne Möglichkeit ist, gerade jetzt, wo so der Herbst gestartet hat und einfach auch so diese, ja, Erntedankszeit ist und du einfach auch eingeladen bist, für dich zu ernten, dich an dir zu erfreuen, mit dem, was du dir schon ermöglicht hast, mit dem, was du, ja, ich sage immer wieder gern, überlebt hast. Offensichtlich bist du am Leben, sonst könntest du die Audio nicht hören. Und das ist schon einmal eine großartige Meisterung und Meisterschaft. Und einmal mehr darf es noch besser werden, was wirklich dann gelingt, wenn du anerkennst, wie es jetzt schon gut geworden ist, was du schon im Jetzt geschafft hast. Das ist wie Fundamentarbeit, die du da wiederum für dich leisten kannst. Nutze also wirklich diese Zeit, um Ja zu dir zu sagen. Immer wieder aufs Neue und Schön. Weißt du, das Schöne ist immer auch im Auge des Betrachters. Ist es die Schönheit, die uns in irgendwelchen Medien vorgegeben wird, in irgendwelchen Filmen wir sehen, wo wir irgendwelche Magazine nachschlagen oder auf Social Media ständig beschallt werden? Oder ist das Schöne etwas, wo wir in uns berührt werden, weil wir es auf uns wirken lassen und es vielleicht überhaupt nicht darum geht, wie ein anderer das sieht, sondern einfach, weil wir es so spüren, dass es so schön ist für uns, dieses gute Gefühl in uns einfach auch genießen können. Und lass dir das auch nicht nehmen, was dir gefällt, was für dich schön ist. Das ist etwas, was du in dir spürst, wenn du etwas vor dir hast, was du auf dich wirken lässt. Dann spürst du in dir, ob es für dich schön ist oder nicht. Und es geht nicht darum, dass du jetzt den anderen erklärst, dass die Dinge schön sind. Und ich habe jetzt gerade so das Bild von mir, wo die kleine Tochter zeichnet, irgendein Bild kommt zur Mutter und sagt, Mama, ist das nicht schön? Und die Mutter dann ganz verlegen und so denkt sie, oh mein Gott, was ist das für Kritzlerei, gefällt mir gar nicht. Ja, natürlich ist es schön. Und das ist so eine Scheinfreude und da tun wir auch unseren Kindern keinen Gefallen, wenn wir das so machen. Ich selber bin da hergegangen und habe entweder, weil meine Tochter hat schon auch schöne Zeichnungen gemacht, so ist es nicht. Und manchmal war es so, ja, ich spüre, welche Freude da in diesem Bild festgehalten wurde. Weil am Anfang, bitte, wer kann da jetzt von Anfang weg Meisterstücke malen? Also ich weiß es jetzt nicht. Also es gibt sicher, so wie es einen Mozart gibt, gibt es irgendwen, einen kleinen, jungen, bekannten Maler, den ich jetzt nicht kenne. Also diese Begeisterung zu spüren und zu sehen, dass das einen Ausdruck kriegt wird und einfach dadurch eben am Papier gelandet ist. Und was ich auch oft mache, weil meine Tochter, ich meine, die ist pubertierend, hat gewisse Dinge voller Begeisterung. Also sie ist ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Und natürlich ist es so, dass das sie sehr begeistert, aber nicht unbedingt mich oder wenn auch meine Freundin da ist oder mein Partner und dann erzähle sie voller Imbrunst über irgendeinen, ja, ich will jetzt doch keine Werbung machen. Auf alle Fälle ist es so, dass diese Begeisterung für mich so schön ist zu sehen. Sie kann sich für etwas begeistern, aber es ist nicht so, dass ich das alles super phänomensiert und sage, oh, das ist doch voll super und voll schön und sage, wenn es dir gefällt, ist das super, dann freue ich mich. Nein, aber ich finde es nicht auch. Manchmal ist sie ein bisschen extra und wartet und sage, du, ich glaube, das ist einfach, du bist anders als ich und ich glaube, dass es für dich passt und inzwischen sind wir so weit. Mann, muss ich da echt auch noch auflachen, wenn sie das sagt, weil ich fühle mich einfach so jung, dynamisch, spritzig und ich sage dann, keine Ahnung, ja, das ist ein Mama-Kleid oder das ist eine Mama-Weste. Und dann denke ich mir, ja, es gibt eh 18-jährige Mütter auch, nein, Scherz, aber es ist so, also in ihrer trockenen Art und da kann ich total gut, weil ich einfach auch deswegen diese Unterscheidung, wenn ich, und ich habe unterscheiden gelernt, was gefällt ihr und ist der für gefallen und es muss nicht alles mir gefallen, kann ich auch in Frieden sein, wenn ihr Dinge nicht gefallen und das ist nicht nur in der Beziehung zu den Kindern, das ist mit dem Partner, das ist einfach mit den Menschen ganz prinzipiell, desto mehr du diesen Raum hast und einfach sagst, boah, es gibt so schöne Dinge und also wir gehen ganz oft einkaufen auch, meine Tochter und ich und sei es nur, dass wir online irgendwas durchklicken, also jetzt wollte ich gerade sagen, warte mal, wie oft gehen wir einkaufen, also für mich fühlt sich das so viel an. So, keine Ahnung, ich weiß nicht einmal, wann es letztes Einkaufen war. auf alle Fälle, dieses, wenn wir dann unterwegs sind, dieses, ja, diese Freude an schönen Dingen und befreit von einem, man muss das jetzt kaufen, ja, also das ist einfach für mich total was Befriedigendes und ja, also in dem Sinn, vielleicht eine Idee, nicht einkaufen gehen, wenn du glaubst, du musst jetzt ganz schöne Dinge kaufen, weil das befriedigt nicht. Es geht nicht darum, dass du die Dinge glaubst, haben zu müssen, wenn du es hast, wird die Fülle sich nicht einstellen, auch wenn es was ist, was du angreifen kannst. Die Fülle und dessen, dass etwas schön ist, das ist was, das ist in dir und dann kannst du immer wieder an anderen Dingen auch freuen, ohne dass du es irgendwie haben musst, ja, genau. Ja, in dem Sinne, ich merke gerade, ich habe mir gedacht, ich gehe ganz oft einkaufen, habe ich gesagt, es arbeitet nur ein bisschen mir, ich habe echt das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, wann wir das letzte Mal einkaufen waren. Aber vielleicht ist es einfach der Umstand, dass ich mich so beschenkt fühle, die ganze Zeit vom Leben und das hat jetzt nichts irgendwie mit, keine Ahnung, welchen Geschäften es da so gibt zu tun, sondern einfach, weil das Leben, vor allem die Natur, muss ich sagen, ich bin ein großer Fan von der Natur, mich einfach beschenkt und ja. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, es ist ja ein Audio, das heißt, ich habe da mein Tiktiergerät und spreche da rein und habe dann überlegt, ist das für euch eigentlich interessant, dass ihr ein Video macht, dass ihr mich mal seht dabei, keine Ahnung, wenn ich da, ich finde es viel okay, wenn ich einfach nur ein Audio mache, da brauche ich mich nicht irgendwie extra hübsch machen. Und ich weiß, so wie wir alle sowieso grundhübsch sind, ist es halt so, dass du wahrscheinlich das auch kennst, dass du nicht unbedingt jederzeit von dir ein Foto machen lassen möchtest. Kann das sein? Lass mir das gerne auch wissen, schreib mir einen Kommentar, das interessiert mich. Genau. Falls du überhaupt noch da bist, weil ich habe gesehen, ich habe schon 18 Minuten heute gemacht. Aber ja, ich werde die Lacher nicht rausschneiden und auch diesen Umstand, dass ich mich kurz gefragt habe, jetzt habe ich doch eh gesagt, ich gehe ganz oft einkaufen, also meine Tochter will ganz oft einkaufen gehen, das wäre vielleicht die Wahrheit. Seht ihr mich gleich? Wie soll ich sagen? Vereinnahmt gefühlt von meiner Tochter. Kommt auch vor. Ich sage es euch. Ja, ja, das mit den Muttersänen. Ja, ihr Lieben, eine wunderschöne Zeit euch und alles Liebe mit Sternlichtergrüßen von Theresia. Ja.